Musik, oder genauer gesagt, weil die Interpretin kommt aus Frankreich, Musik, es ist Rose Laurence und sie singt Afrika. Musik, oder die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik, oder die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik, oder die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik, oder die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020